Willkommen zu der ersten Lektion. In dieser Lektion werden wir die Grundlagen aller Grundlagen aufgreifen. Es ist wichtig, die Sprache zu kennen, die verwendeten Wörter zu kennen. Alle grundlegenden Definitionen werden in diesem Kurs definiert. Hier ist die Definition von Fotografie. Es bedeutet Zeichnen oder Malen mit Licht. Foto kommt von den griechischen Wörtern Phos, was so viel wie Licht der Himmelskörper bedeutet, und Grafe ihn zeichnen, schnitzen, malen, schreiben.